Elko ist der führende Schweizer Dienstleister im Bereich Wärmeerzeugung mit Gas und Öl und zählt zu den Top-Unternehmen in der Sparte erneuerbare Energien. Nebst dem Vertrieb von Qualitätsgeräten, der professionellen Inbetriebnahme und der effizienten Störungsbehebung gehören auch attraktive Service- und Wartungspakete zu unseren Lösungen. Dank dem dichtesten Servicenetz der Schweiz mit landesweit ca. 400 Servicefachleuten sind wir immer in der Nähe von unseren Kunden und ausserdem rund um die Uhr und jeden Tag im Jahr erreichbar. An unserem Hauptsitz in Filters bilden wir junge Leute in den Berufsfeldern Kauffrau, Kaufmann und Logistiker, Logistikerin aus. Unsere Voraussetzungen sind gute Schulnoten in der Oberstufe, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft, aber auch soziale Eigenschaften wie Einfüllvermögen, Kommunikationsfähigkeiten, Selbstständigkeit, Verlässlichkeit, Ausdauer- und Konzentrationsfähigkeit sowie Teamfähigkeiten. Für den Logistikerberuf erwarten wir zudem technisches Verständnis und Freude an der körperlichen Arbeit. Hallo miteinander, wie kann ich euch helfen? Hallo miteinander, ich bin Marco da Silva, ich bin im dritten Lehrjahr bei der Firma Elko Thermage und momentan in der Abteilung vom Service. Wir Logistiker in der Elko Thermage können zwischen drei verschiedenen Abteilungen rotieren. Das ist einmal der Waregang, der Service und die Grosseinheiten. Wir Lehrlinge sind dafür verantwortlich, dass wir uns bestens ins Tagesgeschäft der Firma integrieren können und die Aufgaben, die man auslernen hat, ebenfalls gleich ausführen können. Zusätzlich haben wir noch Aufgaben wie ein eigenes Lager bewirtschaften und sonstige Ämter, die wir ausführen müssen. Ich habe einen Beruf ausgewählt, weil es uns sehr spannend an und abwechslend ist, dass der E-Cup-Profe ist. Sprich, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, sei es jetzt Problemfälle, die auftauchen oder neue Lager, die geplant werden. Und wir als Lehrlinge können uns bestens integrieren und somit Erfahrungen sammeln, was dann schon für KV und später für das Berufsleben wichtig ist. Beim Stapelfahren kommt der Fall, dass wir konzentriert sind, weil es ist auch eine gefährliche Arbeit, es kann schnell etwas passieren, aber gleichzeitig müssen wir effizient arbeiten und die benötigte Ware besorgen. Hallo zusammen, ich bin Adelina Gröbe und mache meine Lehre in Elkotherma AG. Zur Zeit bin ich im dritten Lehrjahr in der Personalabteilung. Die Hauptaufgaben der Personalabteilung sind Personalstammdaten pflegen, diverse Karten verschicken, Zeugnisse erstellen und auch Schnuppertäge organisieren. An meinem Beruf gefällt mir der Kundenkontakt mit internen wie externen Kunden und ebenfalls die Zusammenarbeit in einem Team. Ebenso ist die Arbeit sehr abwechslungsreich. Während der Lehrzeit kann ich sechs verschiedene Abteilungen besuchen. Das kann jedoch auch eine Herausforderung sein, dass man jedes Mal neue Aufgaben lernen muss, so wie sich auch ins Team neu integrieren muss. Also ich habe schon in der Oberstufe gemerkt, dass ich gerne mit dem Computer arbeite und Sprache gerne habe. Ebenfalls bin ich gerne in einem Team. In einem Team arbeiten ist sehr spannend und abwechslungsreich. OITAK und nach hauble Funktionalabteilung In einem Team dritter Bozko